Ja, da hat ein Fanshop-Artikel für gehörig Wirbel gesorgt. Ein gelb-schwarz in Streifen gehaltenes Präservativ. Wo dann die Redewendung der faule Willi ja vollkommen anders ist. Was ist eine Schneckennase? Wichter! Schneckennase ist... Und wenn sich dann zwei Busse geben, die beide in die Knase... ... und zieht sich so ein Faden zwischen den Beinen. Bitte, ich weiß noch was Grauslicheres. Eva, geht's dir gut? Nein, das sind irgendwas meine Kinder. Das bringen meine Buben beim Besten will nicht zusammen. Oh ja, komm, ich komm mal vorbei. Ich hab nicht gesagt, dass sie ein schönes Leben haben. Das bin ich. Das ist so sehr schーヤig. Das ist so schön. Das ist schön. Wenn wir zuerst! Das war's, das war's! Das war's, was wir so für ein québäuer. Wir haben uns noch ein paar Vorspeiche zu sein.